Dr. Spiele, empfieh' uns ein Schmier. Wer weiß genau, was man nun mal nicht spielt? Dr. Spiele, wer weiß genau, was man nun mal nicht spielt? Dr. Spiele, wer weiß genau, was man nun mal nicht spielt? Dr. Spiele, wer weiß genau, was man nun mal nicht spielt? Hallo liebe Kinder, was ihr hier seht, ist nicht der Hallenmodus von FIFA 98, sondern Spike Volleyball. Volleyball zeichnet sich dadurch aus, dass es die Schwächen aus Basketball, Handball und Curling in einer noch schwächeren Sportart vereint. Standesgemäß wird zu Beginn jeder Partie die offizielle Volleyball-Nationalhymne gespielt. Mila kann lachen, wie die Sonne über Fujiyama. Pardon. Spike Volleyball bietet drei allseits beliebte Spielmoden. Capture the Flag, das klassische Team Deathmatch und Last Man Standing. Zudem schlüpft ihr in die Rollen der bekanntesten Volleyballspieler aller Zeiten. Unter anderem Spike Tony Hawk Tiger Woods Entry Agassi Brad DeHittman Hart Und viele, viele mehr. Das war's auch schon wieder für diese Episode. Mein Fazit ist das Bike Volleyball. Cooler Hallenmodus. Schmettern Fritschen Blocken Daher Vier von Fünf Spritzen Doktor, Doktor, Spiedemann Doktor, Doktor, Spiedemann Empfehle uns ein Spiel Empfehle uns ein Spiel Empfehle uns ein Spiel Empfehle uns ein Spiel Untertitelung des ZDF, 2020